Endlich ist es soweit. Der zweite Teil der Reihe Mathematik, Informatik und Anime, die ich gemeinsam mit Peppermint Anime produziere, steht in den Startlöchern. Da die erste Folge so gut bei euch angekommen ist, freue ich mich umso mehr euch verkünden zu können, dass dieses Format nun regelmäßig erscheinen wird. Diesmal geht es um den Offensive System Assistant oder auch Bullet Circle aus dem Spiel Gangay Online. Dieses VR mit dem OFPS ist ein Shooter-Game, das erstmals nach der Alfheim Arc des Animes Sword Art Online auftaucht. Dort wird statt mit Schwertern mit Schusswaffen gekämpft und auch das Setting ist weitaus weniger feenhaft als Sword Art Online oder Alfheim Online. Damit du vor lauter Onlines jetzt nicht den Überblick verlierst, erzähle ich dir lieber, was es mit dem bereits erwähnten Bullet Circle auf sich hat. Hierbei handelt es sich um ein Zielerfassungssystem, das aus einem Kreis, dem Bullet Circle, besteht, der in Abhängigkeit von der Entfernung zum Ziel und dem Herzschlag des Spielers größer und kleiner wird. Betätigt der Spieler den Abzug, schlägt die Kugel zufällig an irgendeinem Punkt innerhalb des Bullet Circles ein. Ein kleiner Bullet Circle bedeutet also eine hohe Trefferquote, während ein großer Bullet Circle bei zufällig ausgewählten Punkten einen größeren Raum für Fehlschüsse schafft. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines Treffers kleiner. Der Bullet Circle wird kleiner, wenn der Herzschlag sinkt und wenn man sich dem Ziel nähert. Je aufgeregter man ist, das heißt je schneller das Herz schlägt und je weiter man von seinem Ziel entfernt ist, desto größer wird der Bullet Circle. In diesem Video erkläre ich dir, wie man den Bullet Circle in Python implementiert. In dem Video auf dem Kanal von Peppermint Anime zeige ich dir, wie man auf den Algorithmus, den wir hier in diesem Video gemeinsam in ein Programm gießen, kommt und wo im Anime dieser Bullet Circle überhaupt auftaucht. Bevor du dir dieses Video hier anschaust, würde es sich also anbieten, wenn du zuerst bei Peppermint Anime vorbeischaust. Den Link findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Okay, hast du dir angeschaut, wie der Bullet Circle Algorithmus funktioniert? Sehr schön, dann zeige ich dir jetzt, wie man ihn in Python implementiert. Dafür benötigen wir zunächst einmal einige Imports. Da wäre zum einen Math und Random. In Math befinden sich die Bausteine für die Sinus- und Cosinus-Funktion sowie die Funktion zum Wurzelziehen. Mit Random wird uns ein Zufallsgenerator zur Verfügung gestellt, der die Berechnung zufälliger Punkte innerhalb des Bullet Circles ermöglicht. Mit diesem Import importieren wir uns alles, was wir zur späteren Visualisierung unserer Simulation benötigen. Schließlich wollen wir uns anschauen können, wie die Einschläge im Bullet Circle bei einem gegebenen Radius R aussehen würden. Jetzt definieren wir uns eine Funktion Bullet Circle, die unseren Bullet Circle Algorithmus umsetzt. Diese erhält als Übergabeparameter einen Radius R, mit dem die Größe des Schutzfelds festgelegt wird. Mit Hilfe der Funktion Uniform auf Random wird eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 gewürfelt. Für einen zufälligen Winkeltäter, der einer von zwei Bestandteilen unserer Polarkoordinaten ist, multiplizieren wir die Zufallszahl mit 2π. Warum? Nun, weil wir im Radialsystem rechnen und dort entsprechen 2π genau einer 360-Grad-Drehung. Liefert Uniform beispielsweise 0,5 als Zufallszahl, dann erhalten wir einen Winkel von 0,5 mal 2π, also π, und das entspricht 180 Grad. Für den Radius würfeln wir wieder eine Zufallszahl und multiplizieren sie mit dem vorgegebenen, maximalen Radius unseres Bullet Circles. Mit den Formeln, die wir im Video auf dem Kanal von Peppermint Anime hergeleitet haben, berechnen wir die x-Koordinate unseres zufälligen Punkts durch R mal Cosinus Theta und die y-Koordinate durch R mal Sinus Theta. Sehr schön, damit können wir bereits einen zufälligen Punkt erzeugen. Uns interessiert natürlich nicht nur ein Punkt, sondern viele Hunderte. Nur damit können wir beurteilen, ob unser so programmierter Bullet Circle tatsächlich zufällige Punkte innerhalb des vorgegebenen Bereichs ermittelt oder ob es Häufungspunkte gibt, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Um die Daten vorzubereiten, schreiben wir uns eine Funktion Bullet Circles, die neben dem Radius die Anzahl der zu erzeugenden Zufallspunkte erhält. Danach definieren wir uns zwei Listen, eine für die x-Werte und eine für die korrespondierenden y-Werte. Zusammengehörige x- und y-Werte stehen dann immer an derselben Position in der Liste oder, wenn du sie dir gemeinsam vorstellst, untereinander. In einer Vorschleife, die so oft durchlaufen werden soll, wie die Anzahl der zu erzeugenden Punkte im Kreis, wird mit der Funktion Bullet Circle die x- und y-Koordinate eines zufälligen Punkts innerhalb des Bullet Circles erzeugt und diese dann der Liste hinzugefügt. Diese Listen werden zum Schluss zurückgegeben. Jetzt benötigen wir noch eine Funktion Plot, mit der eine grafische Visualisierung der Punkte bei m Durchläufen innerhalb eines Bullet Circles erzeugt werden kann. Dazu zeichnen wir zuerst einen blauen durchlässigen Kreis mit gegebenem Radius, dessen Mittelpunkt im Ursprung liegt. Jetzt schränken wir die Achsenbereiche noch so ein, dass der Kreis mit dem Radius r in alle Richtungen gut zu sehen ist und erstellen ein Scatter Plot. Hier kommen nun die einzelnen Koordinatenlisten ins Spiel. Mit ihnen werden Punkte innerhalb des Bullet Circles gezeichnet. Die Punkte sollen in unserem Fall rot dargestellt werden. Wir fügen nun noch unseren zuvor definierten Kreis hinzu und speichern den Plot unter einem Dateinamen, den wir ebenfalls als Parameter mitgeben. Perfekt, dann probieren wir unseren Bullet Circuit doch einmal aus. Hierzu legen wir als Radius 30 cm fest und lassen uns 2000 zufällige Punkte erzeugen. Wir rufen mit diesen Werten die Funktion Bullet Circuits auf und plotten die Ergebnisse. Den Plot speichern wir ganz kreativ unter dem Namen plot.png ab. Wir starten das Programm, warten 1-2 Sekunden und öffnen die erzeugte PNG-Datei. Hoppla, das sieht aber alles andere als gleichverteilt aus. Woran das liegt, habe ich anschaulich im Video auf dem Kanal von Peppermint Anime erklärt. Als Lösung habe ich vorgeschlagen, aus der Zufallszahl in der Funktion Bullet Circle, die zur Berechnung des Radius r herangezogen wird, die Wurzel zu ziehen. Dort habe ich schon angeteasert, dass das mit der sogenannten Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion zu tun hat. Warum genau das funktioniert, klären wir jetzt. Dazu schauen wir uns zunächst einmal an, was die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion überhaupt angibt. Letztendlich handelt es sich dabei um eine Möglichkeit zur Veranschaulichung, in welchen Bereichen sich eine Zufallsvariable häuft bzw. die Werte der Zufallsvariable verteilt sind. Nehmen wir beispielsweise die Anzahl an Punkten, die sich auf einem Kreis mit dem Radius r befinden. Bei gleichbleibender Anzahl an Punkten verringert sich diese Punktedichte bei größer werdenden Radien. Die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion wäre in diesem Fall eine Parallele zur x-Achse, auf der hier der Radius r abgetragen wird. Das scheint aber kein gutes Modell zu sein, denn dadurch kommen ja genau die beobachteten Häufungen in der Mitte zustande. Besser wäre es, wenn die Anzahl an Punkten, wie auch der Umfang eines Kreises, linear mit dem Radius wächst. Als Typ für unsere Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion wählen wir also eine lineare Funktion der Form m mal r. Doch was ist dann die Steigung m dieser Funktion? Nun, der Flächeninhalt unter der Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Zufallsvariable x in einen bestimmten Bereich fällt. Da unsere Uniformfunktion der Klasse random nur Werte zwischen 0 und 1 liefert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger Wert in diesem Bereich fällt, 100%, also 1. Und wie berechnet man den Flächeninhalt unter einer Kurve? Nun mit dem Integral. Das Integral bzw. die Stammfunktion von m mal r mit r als Variable ist ein halb mal m mal r² und das soll in den Grenzen von 0 bis 1 den Flächeninhalt 1 ergeben. Wenn wir das auflösen, erhalten wir als Ergebnis, dass m gleich 2 sein muss. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion, mit der wir einen linearen Anstieg der Anzahl an Punkten in Abhängigkeit vom Radius r bestimmen können, ist 2 mal r. So, jetzt wissen wir zwar, wie die Verteilung der Punkte unseres Zufallszahlengenerators auszusehen hat, doch mit welcher Funktion erzeugen wir eine derartige Verteilung, wenn uns lediglich ein Zufallszahlengenerator zur Verfügung steht, der die Werte zwischen 0 und 1 liefert? Ganz einfach. Dafür gibt es einen Algorithmus, der aus drei Schritten besteht. Erstens, wir machen aus der Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion eine kumulative Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Das erreicht man, indem man einfach das Integral der Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion nimmt. Zweitens, man tauscht x und y, beziehungsweise in unserem Fall r und y, weil wir die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion dann in Abhängigkeit von r definiert haben, und löst nach y auf. Drittens, die in Schritt 2 erzeugte Funktion soll auf Werte zwischen 0 und 1 abgestellt werden. Schritt 1 ist sehr leicht, denn wir haben ja bereits die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion bestimmt. Diese ist f von r ist 2 mal r. Das Integral davon ist, vereinfacht ohne die Konstante c, die eigentlich addiert werden müsste, r hoch 2. In Schritt 2 tauschen wir r und y und lösen nach y auf. Als Ergebnis erhalten wir y ist gleich die Wurzel aus r. Im letzten Schritt müssen wir unser r nur durch unsere Uniform-Random-Funktion ersetzen, weil das r ja gerade mit dem Zufallszahlengenerator gewürfelt wird. Fertig. Und genau daher kommt das Wurzelziehen beim Zufallszahlengenerator. Wenn wir uns den Plot durch einen erneuten Aufruf des Python-Programms anzeigen lassen, dann sieht das schon wesentlich gleichmäßiger verteilt aus. Puh, das war jetzt wieder sehr viel Mathematik. Ich hoffe, dass das halbwegs verständlich war. Falls nicht, auch nicht schlimm. Für uns als Programmierer genügt im Prinzip das Wissen, dass durch diesen Algorithmus unsere Punkte gleich verteilt innerhalb des Bullet Circuits einschlagen. Wir schauen uns jetzt noch einen weiteren Ansatz an, den du dir vielleicht schon überlegt hast und der auf der sogenannten Verwerfungsmethode fußt. Statt sich mathematisch mühsam einen zufälligen Punkt zu erzeugen, der innerhalb des Bullet Circuits liegt, können wir auch das den kreisumgebende Quadrat betrachten, dort einen zufälligen Punkt auswählen und schauen, ob dieser innerhalb des Bullet Circuits liegt. Wir gehen für unsere Überlegung wieder von einem Kreis mit dem Radius 1 aus, da das sehr einfach zu rechnen ist und der Zufallszahlengenerator Werte zwischen 0 und 1 liefert. Zudem kann man das grundlegende Konzept hieran sehr schön veranschaulichen. Wir schreiben uns also eine Funktion Bullet Circuits 2. In einer Endlosschleife erzeugen wir uns nun x- und y-Werte. Damit sie jeweils zwischen minus 1 und plus 1 liegen, multiplizieren wir das Ergebnis des Zufallszahlengenerators mit 2 und ziehen 1 davon ab. Wenn random 0 liefert, kommen wir auf minus 1 und wenn random 1 liefert, kommen wir auf plus 1. Du siehst also, dass wir mit dieser Berechnung nicht über das Ziel hinausschießen können. Jetzt müssen wir nur noch prüfen, ob der Abstand des so generierten Punktes vom Ursprung kleiner als 1 ist. Nur dann befindet sich unser Punkt nämlich innerhalb des Bullet Circuits. Wie berechnen wir das? Ganz einfach. Wie du siehst, bilden x, y und der Radius ein rechtwinkliges Dreieck. Auf die Länge des Radius kommen wir, indem wir den Satz des Pythagoras anwenden. Das heißt, x² plus y² ergibt hier 1². Wenn x² plus y² also kleiner als 1 ist, dann haben wir einen Punkt, der sich innerhalb des Bullet Circuits befindet und nur dann geben wir die generierten Koordinaten zurück. Zuvor multiplizieren wir sie noch mit dem gewünschten Radius R, den wir auch der Funktion Bullet Circuit 2 als Parameter übergeben. Dadurch skalieren wir unser Beispiel im Einheitskreis für einen beliebigen Radius R. Schön und gut, aber wieso können wir hier eine Endlosschleife verwenden? Laufen wir damit nicht Gefahr, dass unser Programm für immer läuft? In der Praxis nicht. Nein. Das liegt an der Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufälliger Punkt außerhalb des Kreises landet. Für einen Kreis mit dem Radius R haben wir also für das äußere Quadrat einen Flächeninhalt von 2R, das ist eine Seitenlänge, mal 2R, also 4R². Der Flächeninhalt des Kreises wird durch die bekannte Formel Pi mal R² berechnet. Um nun die Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen, dass ein zufällig ausgewählter Punkt innerhalb eines Kreises liegt, rechnen wir den Flächeninhalt des Kreises geteilt durch den Flächeninhalt des Quadrats. R² kürzt sich raus, das heißt es bleiben Pi Viertel übrig und das sind 0,785, also 78,5%. Das Gegenereignis, also dass der Punkt nicht im Kreis liegt, ist gegeben durch 1-Pi Viertel. Die Wahrscheinlichkeit von n aufeinanderfolgenden Treffern außerhalb des Kreises ist diese hier. Schon allein die Wahrscheinlichkeit für drei Fehltreffer in Folge liegt bei unter einem Prozent, das heißt wir können davon ausgehen, dass wir in der Praxis nicht in eine Endlosschleife laufen und, wie man hier an unserer Simulation sieht, terminiert unser Programm für 2000 Punkte auch recht schnell. Hast du noch weitere Ideen, wie man zufällige Punkte innerhalb eines Kreises mit vorgegebenen Radius berechnen und damit den Bullet Circle aus Gungel Online umsetzen kann? Dann schreib deine Ideen gern unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass dir diese Folge von Mathematik, Informatik und Anime trotz des hohen Matheanteils gefallen hat. Das nächste Mal entführen wir dich ins Metaversum und zeigen dir, wie Sword Art Online schon 2012 wichtige Entwicklungen des jetzt aufkommenden Metaversums vorhergesagt hat. Es bleibt also spannend. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.